Ich kann ihn nicht hinauf stützen. Unsichtbare Stützen. Ich gucke. Er kann ja eigentlich nicht. Na, das wird ja lustig jetzt. Huh. Huh? Huh? Da war die alte Kurve noch mit drin. So, jetzt aber. So, bis dahin Antrieb. Und dann gleich wieder Antrieb. So. Ich hoffe, dass das Problem behoben ist. Speichern. Ja. 1400 Besucher. So, das reicht noch lange nicht. Schlappe. Noch 200. Und ich habe vergessen, was wir hier bauen wollten. Ich wollte hier bauen irgendwas mit Achterbahn. Aber ich weiß nicht mehr welche. War das die? Gerne. Aber umdrehen. So glaube ich. So und dann. So. 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 Das hängt da immer noch. Blöde Blumen. Blöde Blumen. So. Aber das hier konntest du doch vollen bauen. sind wir jetzt richtig rum. Oder sieht das so aus wie auf dem Bild oder nicht? doch verkehrt rum das sieht ja noch bescheuerte aus jetzt wollen wir erstmal wege bevor wir irgendwas anderes bauen so teuer das ding wege jetzt hast du was erstmal gleich runter wo solche dinge und dann noch und dann noch im letzten jahr wo man eigentlich so schnell wie möglich wieso kann ich denn nicht und dann und 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 Okay, so den haben wir. Ausgang. Ich weiß, jetzt haben die Besucher schon wieder ab. Ihr seid aber auch. So, dann zeig mir doch wo, bitte. Zeig mir. Muss ich da was stützen? Weil ich weiß ja gar nicht. Da muss ich senken. So. Wo sind wir? Wo kann ich hin? Nach hier. So ungefähr. Ach, wie das? Oh, das muss ich mir doch. Oh, das ist ja da. So. Kann ich denn jetzt? Muss ich von da aus probieren. Auch auf die Gefahr hin, dass die mir hier... Huh? Oh! Jetzt haut ab! Weg mit euch! So. Huh? Gott sei Dank. Okay, so. Was haben wir jetzt noch? Ja, ja, frei. 2,50. Keine drei Züge. Ne, ne, ne. So. Die Leute hauen ab. Warum? Bleibt doch hier. Ich baue euch auch ein 3D-Kino. Bitte bitte. Bleibt. Bleibt doch ihr lieben. Ihr lieben Besucher. So. Schlachterbahn. Schlachterbahn. Ha, ha, ha. So. Da bist du? Gut. In welcher Höhe sind wir? Zu hoch. Okay. Ach, weiter rüber muss ich auch noch. Ah, okay. So. Also. So. 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 Runter. 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 Gut. Ich würde mit dem. Runter. Runter. Prima. 1,60. 2,60. Und ein anderer Film natürlich. Und natürlich ein anderer Film. gott. Schlimm. bin dann auch zwei euro so ich wollte doch auch schon wollte ich gucken stahlachter die ist auch schön Geld haben wir was kostet die also muss so rum da muss der Eingang muss so zu mir nochmal drehen hier bitte lass sie hier bauen dann bau die doch da warum nicht was ist schon wieder los was haben wir denn jetzt schon wieder wo ist der ja ich kann den Ausgang nicht finden muss jetzt noch ein Ausgang hier durchbuddeln von da nach so so ist das wieder der gleiche oder was hey ja dann tut es mir leid was soll ich denn machen mit dir so dann muss ich dich setze dich hier hin tja was soll ich machen mit dir noch einer wo ist denn das Problem hier kommt der an mit sachen hier so